Ich habe so ein Gefühl, dass wenn du nicht mit mir kommst, ich dich nie wiedersehen werde. Du solltest dein Gefühl nicht allzu ernst nehmen. Doch wie auch immer unser Schicksal aussehen mag, wir sehen uns gewiss in Valhalla wieder. Stell dir vor, wie viel Freude wir haben werden. Wir werden alte Freunde wieder treffen und werden Seite an Seite mit ihnen kämpfen. Thorstein, Arne und all die anderen. Du und ich werden bei den Göttern sitzen und mit ihnen Tafeln, mit ihnen Trinken und Geschichten erzählen. Sag etwas, Ragnar. Ich weiß es nicht. Was weißt du nicht? Ob ich dich in Valhalla wiedersehe. Sag so etwas nicht, Ragnar. Keiner verdient es mehr, als du, Valhalla zu betreten. Pass auf meine Familie auf. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Untertitelung des ZDF, 2020